Sonst wäre es ja ziemlich... Bonus-Stage. Boah, was? Können wir da wieder leben? Boah, was? Was wollen wir denn machen? Müssen wir die einfach abkriegen? Was? Ach, ich muss drücken, mein Zoll. Ja? Du musst drücken. Ach so, jetzt verstehe ich. Boah, das ist das Dingekreuz. Du musst dann sofort in die Ecke schießen. Boah, hab ich doch die Grünen. Hä? Verstehe ich nicht. Ich schieße einfach auf alles. Ich schieße auf alles ohne Scheiß. Das ist doch noch ein roter. Alter, oh Scheiß. Nein, da stellt man sich eine Bonus-Stage vor. Das macht Spaß, ne? Ohne Scheiß, ist das so schlecht. Zack, bam, bam, bam. Gibt's dir hier ein, schießen die Uhr zurück. Das macht nicht mehr Spaß. Es macht nicht mehr Spaß zu spielen. Dann muss es absolut keinen Spaß auf den Zieg zu schauen. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall spitzvoll. Boom, Baby, 29 hits. Das geht. Ja, weil ich's am Anfang nicht kapiert hab. Ich hab am Anfang einfach gar nicht geschossen. So, ey, ohne Scheiß. Ich hab zum Schluss einfach nur noch gedrückt und gedrückt. Einfach dauerfrei auf die Bastarde aus. Und dann immer so. Ja, guck. Am Anfang ist nur du geschossen, weil ich dachte, ach komm. Boah, 30.000. Der He-Man. Boah, der He-Man. Nein. Boah, guck dir mal das Pferd an. Guck dir mal den Typen an, Alter. Oh Gott, wo's geht's los? Boah, direkt in der Action. Boah, ich bin in den Spiel reingelaufen. Und ich konnte, ja. Tadaa. Hast du wieder in die Rolle gepflegt. Oh, 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 ja, schon wieder. Hat der wieder Doppelknabbos? Oh, f*** dich. Boah. Ich wollte echt drüber springen. Boah, warum auch den Rutscher? Sack. Oh, f*** dich. Yeah. Oh Gott, Junge. Oh, 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 oh. Ist das wieder knapp, ey, ohne Scheiß. Oh Gott, Feuer, Feuer. Nein, ich war grad hier oben. Ach, Sack. Ich kann hier oben weiter. Boah, ich kann hier oben. Harte ich direkt wieder irgendwo rein. Alter. Ja, Tadaa. Was? Spaß, die... Ey, ich möchte auch mal reingehen. Mega Schuss. Oh Gott. Den kriegen die zurück. Ey, ich möchte auch mal hier irgendwo reingehen. Hau mal irgendwie Bonus. Mö. Stuff. Und so. Einfach... Ey, ich bin hier so am Rush. Komm mal ein bisschen mit. Dann versuch da rein zu gehen. Boah, jetzt hab ich hier Maschinen. Da kann man wieder rein. In den Saloon. Wuuuh. Holen wir jetzt noch mal ein Bier. Du willst dir gar nicht. Erst mal hast du das Auto. Ja, f***. Oh, f***. Boah. Wie du ausweichst. Boah. Alter, was ist das für ein Schwung? Das erinnert mich so an Ninjas. Boah, guck mal das hier, Alter. Ja, ich auch. Boah, boah. Boah. Du kannst hier auch runterfliegen. Oh, f***. Halt der Ball in die Ohren. Ja, rennt doch jetzt neuer, ihr Idiot. Oh, boah. Ho, ho. Wie lass ich mich denn hier fallen? Hä? Ach da. Oh, Manni. Oh. Oh. Und irgendwie ist das Doppelknarren. Ah. Ich hasse es. Nein, ich bin wieder bei Zero. Erst mal rein rennen. Na, over. Eine Milch. Jawoll. Zack. Gestärkt. Ist eigentlich ganz lustig, das Spielprinzip. Oh. Oh nein. Du hast den Schuss wieder gefangen. Ich hab nicht gerettet. Das gibt es nicht. Obwohl ich sowieso schon viel überleben habe. Und jetzt wieder. Maschinenwehr. Nein. Schuss gekündigt, oder? Bitte nicht. Doch nicht. Doch. Glaub schon. Und sieht verdammt danach aus. Me ombre. Glaubst du es? Traver. Nicht Taverne. You will heap big trouble. Oh. 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 Wie rastet. Was? Muss man da noch super schicken? Ach, warte. Warte, warte, warte. Ich geh nach oben. Komm mal, geh nach oben. Ja. Hey, die Banitos. Oh Gott. Alter. Alter. Nein. Boah, ich muss schon wieder das Start pressen. Pressen. Ey, du kannst gar nicht senkrecht nach unten. Wunder. Alter, fick dich. Mensch. Du, jetzt komm mal. Jetzt streng dich mal an. Hier und. Oh, fick dich. Das ist das Spiel. Das ist so krass. Ohne Scheiß. Der geht nicht mehr hoch. Boah, da springt er. Oh, du bist überrascht. Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Warte, bleib mal für hier unten. Dann spring ich gleich. Kann ich auch so. Ey, der hat ein gepanzertes Pferd, Mann. Was ist denn da? Boah. Junge, der geht immer auf mich. Nein, hier. Der hat gerade immer auf mich. Fick dich. Boah. Ey, der überrennt deinen aber auch, ne? Ohne Scheiß. Ich konzentriere mich nur noch aufs Ausweichen. Ohne Scheiß. Ey, du bist so Game Over. Ey, kann man den. Man kann den nur von oben, weil das Pferd ist gepanzert, ne? Ja, ich bin Game Over. Ey, ich hab keine Chance gegen den mit ner dummen Knarre. Das ist doch so schlecht. Ne, ich werd's auf jeden Fall nicht schaffen. Ach, das schaffst du. Du bist so... Ja, guck mal. Du bist so... Ja, genau. Warte, wie schlecht. Ich kann doch nicht was eigentlich nach unten schießen. Ich kann nur so und so schießen. Und damit treffe ich den einfach nicht. Weil wenn ich über den schieße... Guck, ich kann ihn vielleicht einmal treffen. Wer nicht? Das ist doch so schlecht. Warte, warte. Als ob das jetzt noch packt. Oh! Der hat doch keine Lebensanzeige. Es ist so schlecht teilweise. Oh Mann, Alter. Ich bin scheiß das so. Wenn ihr die Lebensanzeigen seht, dann sagt man Bescheid. Ich seh sie nicht. Das sind nur die Manni, die wir kriegen, oder? Wo ist denn die Lebensanzeige? Warte, hier kann ich den wieder treffen, oder? Ja, und dann ist er natürlich weg. Weil ich komm gar nicht so schnell dahin. Oh fuck, jetzt will ich Gländer zwicken, oder? Schon wieder einmal gegeben. Boah, du... Alter, ich leb noch. Ich dachte, ich wäre jetzt... Ey, ohne Scheiß. Der ist jetzt so... Okay, wenn du das jetzt noch packst, kriegst du meinen Respekt. Oh fuck. Boah. Ich dachte, der ist nicht getroffen. Aber das war schon wahrscheinlich... Ah, zack, da hab ich den getroffen. Die Schlüsse, sobald die aus dem Bild sind, machen die auch keinen Schaden mehr. Guck, wenn du drüber springst. Ey. Wenn du aus dem Bild springst, bist du invisible. Das ist eigentlich ganz... Ah, fuck. Der hätte ich nochmal richtig geben können. Ah, guck mal, der blinkt schon. Kommt was da drüber? Jo, da ist immer ein gutes Zeichen. Junge, gib ihn. Gib ihn. Warte, 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 warte. Gib ihn. Oh, ich komm da wieder nicht so schnell hin. Oh, das sieht cool aus. Es gibt bestimmt noch eine Rage. Richtig aus, warst du gleich. Oh, das Pony hab ich nur. Ey, was? Wieso hast du wenig Money? Eben hat's nur Sitz. Hast wahrscheinlich alles im Salon verzockt. Ja, wie du das für die Prostituierte drohst. Nur schwarz. Guck, du musst ihn einfach nur zweimal ausweichen. Dann gehst du wieder hier hin. Jetzt habe ich auch noch Schema. Jetzt kann ich ihn auch noch richtig geben. Weil er kommt immer noch in bestimmten Schema. Jetzt gibt er hier zack, zack, zack. Dann gibt er gleich noch mal zack, zack, zack. Und dann muss ich ganz schnell nach links. Dann aber zwei Leute. Warte. Okay, eigentlich ist er voll easy. Ja, aber wenn zwei Leute zocken und der nur auf mich schießt, dann stirbt den mal, ohne Scheiß. Und das dann sozusagen unübersichtlich ist, weil so drei Leute wild rumballern. Hoffentlich kommen sie jetzt wieder. Me and he big trouble. Taverne. Boah, 72% habe ich den Namen gezockt. Ja normal, ich war tot. Wissen Sie, du musst jetzt erst zweimal sterben, bevor ich wiederkomme. Laughing on the way to swimming is funny. Boah, das ist gut, das ist gut. Was macht ihr? You alright? Mama? Das ist so sterben, man. Please help me, alright? Mama, don't worry about it. Okay, jetzt müssen wir da wieder ein paar Penner rausprügeln. Kennen wir ja schon. Boah, die Brothers. The Smith Brothers. Boah, die haben schon so einen ekelhaften Waluigi. Boah, die haben schon so einen ekelhaften Waluigi. Boah, die haben schon so einen ekelhaften Waluigi. Boah, ich bin weg. Was? Alter, ohne Scheiß. Boah, mit Bomben. Was geht bei denen ab? Und down. Und down. Und down, 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 down. Aber die übertreiben ja direkt wieder. Boah. Hä? Boah. Was hat mich da schon wieder getroffen? Ohne Scheiß. Was ist das? Wir haben Kronenreich da geschnitten. Das ist unmodisch. Ja, mach Continue. Ah, ja, wir haben ja viel Continues. Kann nicht. Muss nicht. Eigentlich kann nicht. Drück Start. Ja. Okay. Ich bin wieder. Warte, ich bin nicht mit dabei. Hör auf, irgend mit auszugehen. Alter. You came on. Ich bin echt game... Was? Ja. Ja, das war's. Dann nehm ich Bob, der mit der dicken Knall. LP Team, bin zum LP. Jetzt mach mal ein bisschen Commentary so. Oder ein bisschen Ausrasten dabei. Auch irgendwas Unterhaltsames. Alter, aber ohne Scheiß. Das ist jetzt so unfair. Ich meine... Wie soll ich denn jetzt? Und ich... Ich kann nichts drücken. Doch, jetzt. Aber ohne... Boah. Ah, da hab ich die Hure befreit. Ja und wieder tot. Ohne und wieder tot. Aber wie soll ich denn jetzt? Ohne Scheiß? Guck mal, der hat gar keine Chance. Alleine... Alleine gegen die zwei Bastardos. Mit den Scheiß Bomben und da hast du die wieder aushält. Und wo? Fuck! Ey, das ist ja so ungerecht. Ey, da bräuchte ich... Boah! Boah! Auf'n Kronleuchter! Und da bin ich wieder tot. Das ist so unglaublich. Ey, das ist so fucking schwer ohne Scheiß. Das ist... Das ist schwieriger... Boah! Das ist schwieriger als, äh... I wanna be this guy oder so. Und da rotzt er mich wieder weg mit seiner dicken Granate. Ey, Junge, als ob ich das jetzt noch schaffe. Das schaffe ich niemals. Ladies and Gentlemen, das Spiel ist einfach zu hart auf. Normal! Ey, P. Wird zum LPT. Was? Ist ich wieder von vorne? Laberkei. Laberkei. Jetzt nicht wieder von vorne, oder? Einmal auf easy. Oh, wir schießen jetzt noch langsamer. 1... 1... 1... 2... 3... 2... 3... 2... 3... 4... 4... 5... 3... 5... 3...